Eine Geschichte erzählt von einem ehemaligen Bürger der DDR, der im Winter 2004 einige Goldbarren bei einem Münchner Edelmetallhändler einlieferte, die sein Vater 1945 im Garten vergraben hatte, bevor er in den Westen floh. Dort unter der Erde überstanden die Goldbarren ein halbes Jahrhundert Kommunismus. Sie überstanden die Wende wie auch das Ende der deutschen Mark. Seine Grundfunktion hatte das Gold erfüllt, nämlich das Vermögen in schweren Zeiten zu erhalten. Aber ist das immer noch so? Ist das immer noch zeitgemäß? Und was ist mit Silber? Nach einem kurzen Intro geht es weiter. Hallo, schön, dass ihr hier dran geblieben seid. William Rees Mock, der einstige Chefredakteur der Londoner Times, sagte einmal, dass es heute keine Behörde gibt, die für die Zahlungsversprechen Alexanders, Julius Cäsars, Ludwig des Vierzehnten, Peter des Großen, Napoleons oder Hitlers aufkommt. Sie waren zu ihrer Zeit mächtige Männer, aber keine Bank wird heute ihre Schecks einlösen. Wenn man jedoch einen Goldbarren nimmt, der einst in ihren Schatztruhen lag, erhält man den Gegenwert dafür überall in der Welt. Physisches Gold hat einen bedeutenden Vorteil. Es hinterlässt nämlich keinerlei Spuren nach finanziellen Transaktionen, insofern es anonym erworben wurde. Physisches Gold kann nur dann konfisziert oder sonstiger Gegenstand staatlicher Einflussnahme werden, wenn es für den Staat greifbar ist. Und gerade aus diesem Grund kollidiert Gold mit den Interessen von Staaten, die eine Krise durchmachen, eben weil der staatliche Zugriff auf das Vermögen der Bürger durch das Horten von Gold nicht mehr so einfach gegeben ist und es dem Staat an Mitteln fehlt, sich zu finanzieren. Insbesondere Vermögensteuern, die gegenwärtig diskutiert werden und die gewöhnlich als Solidaritätszahlungen verschleiert werden, lassen sich nicht auf Vermögenswerte erheben, von deren Existenz der Staat keine Kenntnis hat. Nach meinem Dafürhalten ist es das gute Recht des Bürgers, dass er über den monetären Wert seiner erbrachten Arbeitsleistung, seines bereits erbrachten Mehrwertes für die Gesellschaft oder besser gesagt über seinen Nach-Steuer-Ertrag frei verfügen kann. Nicht von ungefähr heißt es in einer europäischen Richtlinie, dass die Anwendung der normalen Steuerregelung ein großes Hindernis für die Verwendung von Gold als finanzielle Anlage ist. Gold ist faktisch Geld. Bereits der britische Wirtschaftswissenschaftler David Ricardo geht in seinen Grundsätzen der politischen Ökonomie und der Besteuerung auf die besondere Eigentümlichkeit des Goldes als Geld ein. Er schreibt, wenn Gold das Produkt nur eines Landes wäre und allgemein als Geld verwendet würde, so könnte eine sehr erhebliche Steuer darauf gelegt werden, die ein bestimmtes Land nur insoweit träfe, als Gold in der Industrie und für Geräte von ihm verwendet wird. Für den Teil, der als Geld verwendet wird, wird niemand die Steuer zahlen, obwohl sie beträchtlich sein kann. Nach Ricardo entspricht bei Geld oder anders gesagt bei Gold als finanzielle Anlage die Nachfrage genau seinem Wert. Und eben genau hier liegt der Unterschied zum Silber, das sich von seiner Urfunktion als Geldmetall immer mehr entfernt hat, hin zu einem unersetzbaren Industriemetall, womit Silber im Gegensatz zum Gold der Mehrwertsteuer unterliegt. Nichtsdestoweniger sind zum Zwecke der Vermögensabsicherung sowohl Gold als auch Silber geeignet, denn beide Edelmetalle garantieren in physischer Form Sicherheit, Liquidität und Wertbeständigkeit und das tun sie auf der ganzen Welt. Allerdings ist Gold aufgrund seines relativ hohen Wertes eher dafür geeignet, das persönliche Vermögen über Krisenzeiten hinweg zu erhalten, während Silber eher dafür geeignet ist, als Zahlungsmittel über Krisenzeiten hindurch zu fungieren, um noch einmal auf die primäre Funktion von Gold als Geldmetall einzugehen. Es war der österreichische Nationalökonom Josef Schumpeter, der über das Wesen des Geldes schrieb, dass sich im Geldwesen eines Volkes alles spiegelt, was dieses Volk will, tut, erleidet, ist und dass zugleich vom Geldwesen eines Volkes ein wesentlicher Einfluss auf sein Wirtschaften und sein Schicksal überhaupt ausgeht. Der Zustand des Geldwesens eines Volkes ist ein Symptom aller seiner Zustände. Und ich möchte ergänzen, dass gemäß Artikel 20 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Schreibt gerne einmal in die Kommentare, warum sich gerade die Deutschen so gut wie alles gefallen lassen. Auf eure Meinung bin ich wirklich gespannt. Einstweilen noch mehr über Gold und Silber als Wertanlagen, das erfahrt ihr ausführlich in meinem Buch Das Abenteuer Edelmetalle. Und wenn ihr allgemein in Bezug auf Edelmetalle informiert bleiben wollt, dann abonniert jetzt diesen YouTube-Kanal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt und wir sehen uns dann sehr gerne im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Auf bald! Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.